Ab dem 1. September 2015 ist diese hier angebotene 2-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die Etagenwohnung liegt im Kreis Stade. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, einen Keller sowie einen Parkplatz. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 56 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 474 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Die Etagenwohnung. Die Etagenwohnung. Vielen Dank.